Ja, hallo Leute, heute möchte ich euch mal ein iPhone-Game vorstellen. Und zwar nennt sich dieses Gasp. Ja, der Sinn des Spiels ist ganz einfach. Ihr müsst einfach mit diesem kleinen orangenen Ball dieses weiße Feld berühren. Am Anfang ist es auch noch ganz einfach, aber nach und nach kommen dann diese kleinen Blitze. Und wenn dann der orangenen Ball so einen Blitz berührt, dann ist das Spiel vorbei. Ja, von der Bedienung her ist es ganz einfach. Wenn ihr euer iPhone bewegt, steuert ihr den orangenen Ball. Und wenn ihr dann so einen Blitz berührt habt, dann habt ihr hier mehrere Möglichkeiten. Einmal das Spiel nochmal versuchen oder den Score absenden. Da gibt es dann auch hier diese Highscore-Liste, wo man sich dann einfach eintragen kann. Wobei dann, wenn einmal der orangenen Ball in dem weißen Feld ist, ein Score gezählt wird. Ja, das war es eigentlich auch schon zu dieser App. Sie kommt von dem Entwickler Thomas Feldmann und kostet 79 Cent im iTunes App Store. Ja, ich kann euch die App wirklich nur empfehlen, denn sie macht eine Menge Spaß. Ja, das war es auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.